das wäre so schön wenn einfach alles anpflanzen könnte opa mandl auch ein name blumen die sich zusammengerollt haben und schlafen erwachen und öffnen sich wenn sie von flughöllchen angegriffen oder von flughöllchen angriffen der figuren oder anderen erschütterungen getroffen werden die große unmut darüber dass sie zum aufstehen gezwungen wurden erzeugt einen strom der gelanden bewegen kann naja was für blumen handelt es sich gerade diese ja und jetzt ich sehe nebenbei features aus wenn ich dafür nicht das schaffst du es ist euch doch das geht auf dem haus heißt noch ein zettel so dann auch zum bahnhof luftlinie minze er hat mich mal ein bahnhof mit dem teleporter schön dass mir nicht angezeigt wird frechheit was mich hat gesagt jule time to get to work you lazy berns Oh, 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 I can't, uh, can't remember how to call the train. Just let me sleep a little longer, then I'm sure I'll remember. Don't try to pull one over on me, young man. Your fading disorder has been cured. I saw you chugging cup after cup of magic tonic in the tavern last night. Can we talk briefly about this Nick feature that the Lama, his head, is just on the side of the head. You must be mistaken, Grandpa Ullman. That guy definitely wasn't me. Oh, you remember my name now, do you? Then it seems like you're all better. You had no idea who I was when you were fading. Now, enough of your nonsense. Get up. The fairy and her friends are going to be here any second. It's all right. I'm up. I'm up. The maritime express should be here soon. That's more like it. Lie there any longer and you'll start gathering dust. Uh, is everything okay? The hero, his pixie companion, and the forest fairy. Oh, I didn't know you were already here. Merciful macadamias. I'm sorry you had to see that. Oh, it's all right. Pima knows the feeling. Who doesn't want to sleep in first thing in the morning? Does the maritime express run out of Constellation Metropole? Uh, yes. Each train needs a conductor to operate, and the conductors are always from the capital. The more difficult maneuvers are a little too complicated when you're made of paper. Oh, so you mean the people of Constellation Metropole aren't origami animals like you? Well, the city welcomes visitors from all over the world, so you're bound to run into some forest dwellers there. But yes, generally speaking, the residents of Constellation Metropole look quite different from us. Alles Maschinen. You'll see for yourself soon enough. Here comes the train. Ein Holzspielzeug. Pleasure to meet you, everyone. My name is Wheel, and I'll be the conductor for your journey today. I'm assuming you're the ones who call the train. Whoa, it's a little toy man. Yes, we call the train. The hero and the forest fairy need a ride to Constellation Metropole. The hero and the forest fairy. The ones from the prophecy. Oh, why didn't you say so earlier? We could have prepared a far more luxurious train. I'll just go back and get a better one. That's okay, Mr. Wheel. We're trying to get to the city as fast as possible. We just need you to get us across the sea. In your capable hands, I'm sure we'll get there in no time. Of course, my lady. It would be an honor. Well then, all aboard, sit anywhere you like. We'll get a stunning view of Simulanka, no matter where you're seated. Let's go. Hey, sag mir nicht nah, wie er pennt in dem Zug, Alter. Okay, es ist unsere Lieblingskatze. Ich hab' zu knurren. Was macht Kirara hier? Das ist kinda cute. Auch wenn ich gestehen muss, dass die allgemeine Liegeposition eher... ...schwieriger Natur ist. Ähm, naja. Is she a friend of yours? Oh, let Paimon introduce you. This is Kirara, she's... Oh, wait, actually, maybe we should wake her up first. So noisy. Gott sieht sie cool aus. Oh, morning. Huh? Huh? Traveler! Paimon! I-I-It's you? Which means... Oh, thank goodness. It was all a dream after all. Hehehe. Oh, gotta hand it to my imagination. It all felt super real. There were these toy people, but they were alive and they could talk. Ahem, madam, sleeping overnight in the train car is prohibited. Ahem? I-It wasn't just a dream? It's all right, Kirara. Apparently we're in a world called Simulanka. We got here yesterday too. Simulanka? So, that's what it's called. I spent all day yesterday wandering around this one city. The toy people called it Constellation Metropole. I was trying to find a way to get back home. Ich habe wirklich angefangen, zu denken, dass ich auf die schlechte Seite von irgendwelchen Yohkai gekommen bin, und ich habe mich verabschiedet. Oh, ich nehme das, dass du Inazuma bist, Frau Kirara? Sie sicher ist. Aber Kirara ist hier ein bisschen speziell. Aber Paimon will dich wirklich vorstellen. Kirara ist eine Nekomanda von Inazuma. Sie arbeitet als Kurier für Komaniye Express. Ah, schön zu treffen. Ich bin Nilou, ein Mitglied des Zoubert Theater. Sie können uns meistens performieren in Sumeru-Cities Grand Bazaar. Jetzt, aber ich glaube, dass ich mich als die Färiere der Färiere von Bösen. Oh, du bist Nilou! Ich habe viel über dich von meinen Zoubert in Sumeru gehört. Ich habe sogar eine von deinen Ergebnissen in der Zeit gesehen gesehen. Du bist ein fantastischer Dancer. Aber, äh, hast du gesagt, dass du eine Färiere färiere bist? Oh, ja, das ist ihr neue Identität hier in Simu-Anka. Oh, speaking of neue Identitäten, sieht man, dass du eine neue Outfit selbst hast, Kirara! Ja, ich weiß. Es hat mich auf mich verletziert. Ich habe einfach in ein set von brand-neue Kleinen, die ich noch nie gesehen habe. Das muss bedeutet, dass du eine große Rolle spielen hier auch. Eine Überraschungskatzendiebin? Eine gestiefelte Nicomai, yes! Ist... ist das eine Sache? Ich glaube, ich bin ein Paar von Bösen, aber trotzdem. Aber trotzdem. Habt ihr bei einer Chance, eine Glocke zu hören, bevor du hierher gekommen bist, Frau Kirara? Können wir bitte kurz darüber reden, dass sie theoretisch gesehen eigentlich, äh, fast schon Lynettes Outfit komplett trägt? Es ist sehr, sehr, sehr ähnlich an dem angelehnt. Nur halt, dass sie einen weitaus cooleren Hut trägt. Mit einer viel cooleren Frisur. Und jetzt bitte wieder kurz darauf schauen. Wissen Sie das bereits noch? Ja, is das eigentlich nicht so gut? Jetzt hat mich, ich sehe etwas zu hören. Ich war so überrascht, dass ich meine Tau Diamler sehr sparsene. Und ich bin... Ein Applaus. Oh Gott, man hatte noch keine Angst. Menschenmenge, wirklich. Oh Gott. 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 doch ein wende haben wir hier um ich glaube kurze kunden ja ist es mit einem parkwerk ich finde es witzig wie sie uns da hinten verabschieden aber wir in den scheiß zug einsteigen sollen natürlich müssen wir selber ziehen also ich muss von hier aus das zieht sich automatisch klick das ist das ist das ist Bis zum nächsten Mal. 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 Was ist hier? Warum sind Sie alle in der Mitte? in der konstellationsmetropole kann man manchmal kleine bauklotzfiguren sehen die um einen uhrwerkschlüssel herum befestigt sind dies ist ein geschenk der gehört in der prophezeiung an die metropole und es kann bauklotzfiguren die in gefahr geraten sind helfen wieder in die richtige spur zu kommen greife den uhrwerkschlüssel an um die umgebung stufenweise zurückzuspulen nachdem es zurückgespult wurde halte zwei sekunden lang still und das schicksal der bauklotzfiguren wird sich wieder bewegen du kannst in der szene spuren finden die den ablauf der handlung stören nutze dies um das schicksal der bauklotzfiguren zu verändern ursprünglich war dies eine säule mit der die bewohner von simulanka um orakel beteten aber heute hat sie eine andere funktion hat sie andere funktion sobald die beringte orakelsäule ansiehst wird die interaktionstaste auftauchen drücke sie um den zauberfaden drücke sie und der zauberfaden wird zu der orakelsäule neben dir fliegen und sich mit ihr verbinden wenn die richtige verbindung nicht hergestellt wurde kannst du die verbundene orakelsäule angreifen um alle verbindungszustände zurückzusetzen oh ja oh oh thank you oh thank you uh what happened there it almost seemed like we turned back time i take it this is your first time witnessing the power of the goddess of prophecy then if so i can see why you might think that basically this is a gift bestowed upon constellation metropole by the goddess of prophecy who rules over the natural course of all things it helps those who have deviated from their proper path to get back on track proper path do you mean everything that happens in the metropole has been planned out since the very beginning why are you saying that as if it's a bad thing you're not explaining it clearly here allow me of course all the residents of the metropole have the freedom to live their own lives for instance whether i use olive oil or sesame oil in my morning skincare routine is entirely my choice but whenever something disastrous is about to happen like when i almost got turned into a pile of rubble just now the goddess's magic will activate in the world around us so in other words it's kind of protection magic to keep people alive you could say that there are other situations in which it activates too but that's basically correct well in any case we're glad no one's hurt are you heading to the constellation metropole yep do you know where we can find the gear sky ladder oh it's just that platform up ahead the one with the key sticking out uh that thing um are you sure yep that's the one pretty much everything in the metropole runs on tracks and gears the goddess of prophecy watches over it all which is to say all the tracks are fixed if a machine is set up to move forwards it'll never move in reverse this reminds time on a lot of fontaine's clockwork toys hmm like those music boxes with dancing figures i think i've seen one or two from the merchants in sumeru yeah exactly like that anyway it sounds like it's not gonna suddenly fall out of the sky so paimon's okay now should we get going but a momentary destruction die zahnrad himmelsleiter ist ein wichtiges transportmittel in der constellationsmetropole greife das uhrwerk an um die leiter zu aktivieren und sie in bewegung zu versetzen wenn das zahnrad voll aufgeladen ist wird es aufhören sich zu bewegen und die himmelsleiter wird ebenfalls aufhören sich zu bewegen wenn das zahnrad eine zeitlang nicht angegriffen wird kehrt die himmelsleiter auf demselben weg zurück auf dem sie gekommen ist möchte gerne ersten teleporter haben und dann auch die crime scene danke das ist fit for a king our next step is to get to the top of the metropole and ask the goddess of prophecy for guidance if there is a king in that castle i sure hope he won't get mad at us for trespassing so make way for the king oh darn we jinxed it oh no um did he overhear us talking about us sneaking into his castle hehehe paimon hopes he's not mad the one who shall soon stand before you is the ruler of constellation metropole the one who descended after a meteor shower and the protector of order and all the stars in the sky hallo navia that's a long list of titles i bid you welcome guests from afar long have i heard of your grand deeds oh fairy who restored the life the forest oh hero who uh huh ha 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 ah ha 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 der flick hold your foul tongue how dare you under her majesty's name bitte vergib unsere verfehlung Also wenn diese Rolle auf eine Person geschnitten ist, dann auf Navia, die ein absoluter D&D-Junkie ist. Aber ganz ehrlich, diese Krone steht ihr so überhaupt nicht. Sie wirkt zwar ein bisschen wie Rosalina, aber nein. Wirklich, nein. Nehmt ihr die Krone weg, gebt ihr ihren Hut wieder. Das ist ja schlimm. 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 Das ist, weshalb du mein Partner bist. Ich liebe es, wie du das gleiche Wort, dieselbe Bedeutung in verschiedenen Bedeutungen und Situationen anwendest. Navia. Oh, gesprochen wie ein wirklich wieses König, Navia. Ich bin der Boss von Spina di Rosula, nachher. Das ist vielleicht meine erste Mal als König, aber es gibt ein paar Änderungen zwischen den beiden Rölen. Traveller, Paimon, Miss Nilou, würdest du bereit mir deine Unterstützung geben? Mit deinem Hilfe, ich bin confidente, dass wir den größten Weg finden, um die Probleme zu lösen, die diese Stadt zu lösen. Das ist ja meine Ohrmöse-Tit. Ich bin nicht zufrieden, deine Majestätin ist definitiv auf mich zu lösen. Geräusche, wie wenn wir nie sagen würden, für deine Freunde. Nein, keine Chance zu fragen uns so formally in der Zukunft. Ich bin froh, zu helfen, auch. Das ist ein schönes Spiel. Das ist ein schönes Spiel. Das ist ein schönes Spiel. Und wie die Forest of Blessings, ich würde es gerne sehen, dass es normal wieder zurückkommt. Ah, großartig. Als King of Constellation Metropole, ich stelle dir meine Gratitude an. Alles klar, alle, folgt mir. Ich zeige dir den Weg zur Gottesstatue, auf der Top der Metropole. Und bleib dran. Du willst nicht in meinem Kastel verloren werden. Es ist großartig. Und ich bin nicht in meinem Kastel. Ich bin nicht in meinem Kastel. Ich bin auch nicht in meinem Kastel, ich bin nicht in meinem Kastel. Aber es ist total schwer, ich werde mich nicht in meinem Kastel über dem Kastel über rumschweben sehen. So frech wie ich runtergefallen bin Block häuser von Direktor dummster Riff auf der waltest grüßen Riff auf der waltest grüßen No Riff auf der waltest grüßen Mitten im pool Wie soll ich das so gut gefühl dass der wieder so eine quest für mich hat Ich So ein papier irgendwie in seiner komischen ecke gehabt Anscheinend nicht Egal Was ist das? Warte Das sieht aus wie die Star, die ich vorhin gefunden habe Ich sagte den Regierern, ihn nahe der Gottesstatue zu stellen Vielleicht haben sie ein paar Probleme da oben Ich glaube, wir würden besser schnell gehen Er ist Teleporter So Der Himmelsleiter wurde vom monster reingenommen Ah ja Es ist, keine falle Es gibt kein Geheimnis! Transfixen! Ah, etwas mit dem, um diese Situation zu erinnern. wach auf so gut Das war für mich ein Kacke. aber kurz eine runde schieben machen wir erstmal raiden für dich kiste Was für die Kiste? Was für die Kiste? Über die Pfeile an die Winden, ey. Oh no! Wir haben einen Verletzten, Sani Töter, Sani Töter, wir haben einen Verletzten. Hey! Was für die Kiste? Ein Impressives Bounty. Ich weiss nicht, wo das blaue hinführt, aber egal, Abfahrt. Rina, das ist deine Sache. Rettet die Zivilisten! Rettet die Zivilisten! Rettet die Zivilisten! Rettet die Zivilisten! Die Zivilisten! Niemand. Wirklich. Niemand! Stirb. So, wie funktioniert das jetzt? So, wie funktioniert das jetzt? Können wir sitzen, zu drüht? Ja. So, was mit dem, um zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern? So, was mit dem, um zu erinnern? So, was mit dem, um zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern. Lassen Sie die Gefangenen frei. Nein? So, was mit dem, um zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern. So, was mit dem, um zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern. So, was mit dem, um zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern. Ich will keine Heli-Chul überreste mehr sehen Soldaten nein Zivilisten gut durchgestanden Für eure verletzten Soldaten Wir sind schließlich im Krieg Na gut Das wird nicht meine Feind Woher sind wir? Mal kurz die Truppe ändern Sofern es geht Natürlich geht's Ich liebe es C6 Chi Chi for life So How could I ever live without her? So he's an archery challenge huh? Okay I remember that I would say Ich hab' 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 auch wenn es nur furina und leider da sind aber immerhin und was ist ja los ich kann's move was hat your majesty this conservative radical he attacked us he threw the star from the astral garden and even stole the magic thread linking the oracle pillars but just as we were about to arrest him the goddesses magic activated and now we can't move no nobody touched the celestial care what's an oracle pillar you need to use it to pray to the goddess i'll explain later first let's help these guys sure you 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 klebeabdeckung öffnen greifen um einen starken klebstoff zu versprühen jeder sekundenkleber kann bis zu drei tropfen wirksam klebstoff produzieren er ist stehen geblieben wir wollen be able to change his mind much less quill the fear that many others like him are feeling all it would do is turn him further against us understood your majesty also this is the magic thread he was holding from the Oracle pillars your majesty what should we please give that to the traveler over there I believe they have some questions for the goddess yes your majesty so what do we do with this exactly see those oracle pillars over there just use the magic thread to connect them together in a specific pattern and the goddess of prophecy will answer your prayers es klingt ein frisches aber nicht bevor wir die herrscher anfragen müssen wir mal kurz angucken das ist ja auch eine bekannte figur aber nein ist es nicht das beste symbol im ganzen spiel ein urgestein ja wenn man die böse drauf mal sehen kann die zukunft von simulaka der weg die krise hu treffer go and push the gear that connects up to the starry sky when that time comes I shall dance I shall danse and return the tracks beneath my people's feet back to the stars in the sky and return the tracks beneath my people's feet back to the stars in the sky Die Hero von einem anderen Welt, unterstützt von ihren Kumpanien, wird Frieden in diesem Weltkrieg verabschieden. Also, Frau Navia war richtig. Die Frau Prophecy hat uns nichts über die Zukunft gesagt. Ich glaube, wir müssen es nur mit dem Finger spielen. Ja, wir müssen den Skogen zurück in ihren originalen Staten, indem wir die Sterne zurück in ihre Position legen. Lass mich einen kurzen Kumpel machen. Okay. Die, die wir hier auf der Weg genommen haben. Ich denke, das sind sie alle. Lass uns diese Sterne zurück in den Skogen hängen. Und den Skogen? Uh, wie kommen wir da hin? Oh, ich habe uns getrennt. Wir werden, natürlich, den Aerial Express nehmen. Ist das ein Flugzeug? Was? 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 abfahrt vor lax press mal anders das hier ist das hier ist hunkai star rail hier hängen sterne auf im himmel klar abfahrt hängen der prime on hard parts nearly over after that it's down hill all the way was Was? Höhenangst? I'm on chill. Das ist ein langsamer Linien zu kein ICE. Bei dem ICE hätte ich mir auch Sorgen gemacht. Großartig! Sieht, dass es so schnell ging. Ja, und es war ein absoluter Glück. Du musst mit uns mit uns nächste Mal, Frau Nilou. Huh? Ich bin okay. Danke für... Halt! Was denkst du, du machst? Geh aus meiner Weg! Was ist passiert? Ihre Majestät! Da! Geh aus! Geh aus! Geh aus! Es ist okay. Geh aus! 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 um zu lösen die Probleme, die wir gerade befinden. Wir beginnen mit den Menschen, die sich verabschieden haben. Und dann, wir finden ein Weg, um die wirkliche cause dieser Krise zu lösen. Und hast du einen Weg gemacht? Die wirkliche cause, ich meine? Unfortunately, nicht. Hey, du... Ich bin sorry, mein Freund, aber es ist die Wahrheit. Du hast Freunde und Familie, die haben sich verabschiedet, nicht du? Die haben sich verabschiedet. Duh! Ich verstehe deine Probleme, aber wenn wir das weitergehen lassen können, die Situation wird wohl besser werden. Mehr und mehr Menschen werden von der Goddessen geimpft. Ja, aber wenn wir diese Kiste jetzt verabschieden, alle die Tracks in der Stadt verabschieden werden. Ich weiß, das ist eine schwierige Entscheidung zu machen. Aber, hast du schon gedacht, warum die Goddessen vielleicht haben sich das so gemacht in der ersten Zeit gemacht? Huh? Warum denkst du, dass sie sich das so machen könnte, zu nehmen, ihre Gift zurückzunehmen, und zu verabschieden, die weitere Prophezeien über den Zukunft? Du sagst, sie hat uns geabschiedet? Nein. Das Gegenteil, in fact. Was meinst du? Die Goddessen liebt diese Welt, und alle die Menschen von Simulanka. Und weil sie dich so liebt, sie will, sie sich zu können, zu wählen, dein eigen Weg. Every parent hopes der Kind will have a happy and carefree life. Aber wenn sie überprotected, dann all sie will manage to do ist, zu halten, ihre Kind zu verabschieden. Wenn eine Mutter-Berd lässt ihr Baby ride auf ihren Wings für zu lange, ihr Kind will never learn how to fly. Vielleicht die Goddessen der Prophezei hat immer gewusst, dass sie einen Tag ein Tag, sie muss sie wegnehmen. Die Kinder nur werden independen, wenn sie ihre eigene Meinung verabschieden haben, ihre eigene Entscheidungen haben, und damit sie mit den Vorteilen, ihre eigenen eigenen Gegenständen haben. Nur dann werden sie Sie können ihre Gelegenheit alleine weitergehen, selbst nachdem ihre Eltern wegfallen sind. Aber wir haben so lange gebraucht auf die Gottes, wir wissen nicht, was es ist, um es alleine zu gehen. Wir wissen nicht, ob wir haben, was es braucht. Bist du mich schuldig? Ich denke, dass du dir mehr als möglich bist. Was meinst du? Du hast einen Anruf in einem Zeitpunkt der Krise gemacht. Und du hast all diesen Weg gebracht, um mit mir zu sprechen. Auch die Regierungen können dich nicht stoppen. Das muss man viel courage genommen haben. Aber wir haben es nur gemacht, weil wir Angst haben. Warum hast du auf der Reise nicht wichtig. Was ist wichtig ist, dass du, dass du dein eigenes Weg kannst. Mein Freund, ich glaube, dass unser König richtig ist. Es ist Zeit für uns, um unsere Angst zu treffen. Aber wir... Wir können nicht weitergehen, wie das. Wir leben in Angst. Wir leben in Angst. Wir sehen, was es hat dir gemacht. Wir sehen, was es dir gemacht hat. Du hast eine Star persönlich geöffnet, von der Gottes von Prophecy selbst. Du hast sie mehr als auch mehr als uns. Und ich glaube, dass der König ist. Sie haben uns nicht verabschiedet. 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 Sie haben uns verabschiedet. Aber vielleicht verlieren die Gift nicht mehr so, was es geht. Denn wir haben auch etwas gewonnen. Sie haben uns gewonnen. Die Tiefe wird sehr, wenn es sich immer mit Eiwelle aufgerissen, Ich bin froh für deine Entscheidung. Jetzt, Reit�w immun, alle, und teig die Zeit und wir wie die Nacht. Das nenne ich mal einen riesigen Schlüssel. Eine riesige Spieluhr. So the stars hanging in the sky, they're music notes. This entire Metropole is a huge music box. Exactly. I have an idea. If you don't know what to do, why don't you start by helping the people around you? You mean the people who got stuck because of the goddess' magic? I mean anyone and everyone who needs your help. By helping others, you'll eventually find your own path. Trust me, I have experience in this. What kind of experience, your majesty? Hmm. Ah, yes. We'll need a formal organization with a catchy name before we go out and start helping people. Why don't we call it the Spina di Rosula? Nein. 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 Oder sogar die Spina di Rosula di Simulanka. Ach komm schon, wirklich. Wow. Big expansion for the Spina. Moving into other worlds now. Spina di Rosula. I like it. It's a great name. Let's do as your majesty suggests. Warte mal, jetzt muss ich drüber nachdenken. Klingt der ein bisschen wie Silver? Könnte es Silver sein vielleicht? Weil wie wir alle wissen, in diesen Traumwelten sind immer verstorbene Menschen unterwegs. Well, then, how about I appoint you as the head of the Spina in Simulanka? Well, I'm off fighting the dragon with the other heroes. It'll be your responsibility to work with the guards and take good care of the people in the Metropole. What? You're planning on fighting the dragon? But no, your majesty, you must reconsider. He's right. Your majesty, you can't. How are you two on the same side all of us out of here? Maybe your majesty is unaware of this. The great dragon suddenly broke out from the titanium mines one day and tore the end of the world to pieces. After that, it spat out a strange fog that surrounded a whole island. No one knows what lies beyond the fog, and no one knows what has become of that poor island. Before your majesty arrived, we dispatched many soldiers to fight the dragon, but none came back alive. Yikes. Sounds worse than we thought. Isn't that all the more reason for us to go? There could still be guards traps there, waiting for someone to rescue them. King Navia is right. We cannot simply stand by and watch as the people of this world suffer. I think so. I think so. I think so. I think so. Oh, yeah. Die Frau vor dir ist stur. Stur wie ein Stein, der mitten in der Strömung liegt und sich kein Millimeter bewegt. Aber um nochmal auf das Thema King Navia zurückzukommen, wenigstens trägt sie nicht mit diesem dämlichen Bart. Was? 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 Oh, oh... Oh, thank you for your concern. Well, I'm gone. I leave the Metropole in your capable hands. Ja, Ihre Majestät. Haha, ich habe mich nur Boss von jetzt an. Das ist wie jeder in der Spina mich nennt, und das ist das, was ich verwendet habe. Also, der Plan für morgen ist, eine Reise über den Ozean, um es zu Ende der Welt, und um den Dragon zu gewinnen. Oh, das ist eine halbe Reise. Alle Storybook-Heroen müssen so schwer arbeiten? Das ist ein Jahr. Paimon kann das definitiv sehen. Insofern, das sind die heutige Probleme. Jetzt, alles, die Paimon will, ist, eine richtige Reise zu essen. Weil, das Schlimmste-Szenario, wenn Paimon endet, von einem Dragon zu essen, dann will sie es auf einem vollen Stamm. Und etwas über das Ende der Welt klingt nicht so, wie ein guter Platz für die Essen. Ich finde es so geil, wie sie tatsächlich diese D&D-Anspielung wieder raushaut, ne? Auch wenn es hier Heroes vs. Dragons heißt, und nicht Dungeons & Dragons, aber, ey! Es kommt doch gleich hinaus. Well, the origami animals in the forest only drink magic tonic. What do the toy people here in Constellation Metropole eat? Vegetable oil and sawdust, I think. Soja, Öl und Seegespiele. Oh weia. Palmon's Albtraum. Nix zu essen hier. Nix ordentliches, zumindest. Ah, herrlich. Ey, wir haben unser erstes Sommergeschenk. Wir haben fast schon das dritte. Cool. Ah. Das klingt Hutmacher. Prüfung der Konstellationsmetropole. das ist jemand der sich besonders für hüte interessiert weil der segne gibt es einen besonders aufgeräte seitenflug meisterhafte reproduktion was haben wir hier ok verstehe na dann Ah, machen wir hier auf jeden Fall erstmal nur zumindest ne kurze Pause. Ich muss ein bisschen aufstehen. Ich muss meinen Rücken ein bisschen entfeuchten quasi. Es ist so innerlich warm. Mit dieser Hebenenttäuschung zurück ins Zelt. Peace. Peace.